Ja, das ist es also, die hellste Nacht meines Lebens, angeblich, und ein wahnsinniges Schauspiel der Natur, großartig. Das ist jetzt der Blick nach Norden, direkt in die Sonne. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. So ist das.